Eine zweite Frage im Publikum gestellt, da wollen wir jetzt noch schnell die Antworten dazu hören, nämlich die Frage, braucht es für eine Landesverteidigung auch ein Dach? Braucht man eine effiziente Flugwaffe, ja oder nein? Wir werden sowieso nicht angegriffen, wir leben ja in der Mitte von Europa, also das braucht es überhaupt nicht. Sozial benachteiligt in der Schweiz mal schauen, statt Kampfflugzüge. Die Schweiz ist eh nie im Krieg, die Schweiz braucht keine Kampfflugzüge und auch keine Flugabwehr. Wir sind zwar schon neutral, aber ich finde doch, zur Verteidigung sollte man irgendwie nicht als einziges Land abrüsten. Ich halte eh nicht so viel von Landesverteidigung. Ich glaube, wir sind noch nie wirklich Kriegsi und haben so etwas benötigt. Das braucht es einfach, was man weiter tun soll, ohne das. Die Überwachung, die man hat, braucht man nicht. Die, die nichts verstehen, die umlaufen, die verstehen noch etwas. Ich glaube, es braucht überhaupt keine mehr, effektiv. Warum? Warum? Weil ich denke, dass keine Kriegsform überherrscht gegenüber der Schweiz. Ich denke, das ist einfach die Natur der Sache. Wenn man zeitgemäß ist, dann kann man eventuell die Waffen vom Gegner nicht abwehren. Eine Landesverteidigung ist nur möglich, wenn man ein Flugzeug hat. Allerdings denke ich, dass die Schweiz nicht übermäßig viele Flugzeuge braucht. Heutzutage sehe ich eigentlich keinen grossen Sinn mehr von einer Armee, wie wir sie haben. Oder? Weil mit einem Sturmgewehr da irgendetwas verteidigen oder früher mit einem Karabiner, das ist ja ein Witz. Aber Flugzeuge finde ich eigentlich schon noch einen gewissen Sinn. Ich finde es eigentlich völlig unnötig, so Kampfflugzeuge, weil man braucht es nicht in der Schweiz halt, finde ich. Wir brauchen eigentlich keine Mitärflugzeuge, weil wir als Schweiz, als neutrales Land, das gar nicht nötig haben. Und zudem haben wir den Platz nicht. Vor allem die Schweiz ist sehr klein und der Luftraum ebenfalls. Also wenn wir auch trainieren wollen mit den Kampfflugzeuge, wollen wir sowieso ein Ausland, wo weitere Kosten verursachen würden. Und darum ist es eigentlich völlig unsinnig. Es ist interessant in der Widersprüchlichkeit, im gleichen Monat, als die Welt darüber diskutiert, wer unternimmt, den Luftschirm, den Herr Gaddafi noch hat, zu eliminieren, indem man dort eingreift und dafür sorgt, dass dem seine Flieger nicht mehr fliegen können. Ist man da der Meinung, ja nein, also teilweise der Meinung, ja nein, das ist eigentlich eine Diskussion von gestern. Herr Divisner Solethaler, wie beurteilen Sie es? Ich sehe es ein bisschen anders. Wir haben ja die Luftwaffen nicht nur dazu da, um im Kriegsfall jetzt für die Schweiz aktiv zu werden, sondern für uns ist es völlig normal, dass wir an Bord eine Polizei haben, eine Grenzwachgabe, die die Grenzen kontrolliert. Ja, und wer kontrolliert dann die dritte Dimension? Ich kenne weltweit eigentlich keine Polizei, die selber Jagdflugzeuge hat, um eigentlich den Luftraum, und jetzt sind wir genau dort, nicht nur zu schützen, sondern eben auch zu überwachen. Also der Luftpolizeidienst, der einen Haufen andere Aufgaben hat als eben jetzt nur das Segment Landesverteidigung, das blenden wir eigentlich gerne aus. Jetzt, wo wir diskutieren, sind unter Umständen Flüger in der Luft und machen irgendwelche Kontrollflüge, weil ein Flugzeug, das nicht immatrikuliert ist, einen Überflug hat, weil vielleicht ein Flugzeug da ist, wo beispielsweise die Verbindungen ausgefallen sind, dann wird das entweder auf den Boden geleitet. Also das ist so eine vielfältige Aufgabe und ich glaube, es wäre einfach falsch, wenn man die Luftwaffe nur auf den Verteidigungsfall reduzieren würde, sondern das ist Luftpolizeidienst, der uns tagtäglich eigentlich zu gut kommt. Wenn eine Armee, so wie Sie im Einsatz geschildert haben, will frühzeitig eingreifen, damit eben der schlimmste Notfall nicht passiert, dann muss sie ja sicher sein, dass sie eingreifen kann, also dass das Dach zu ist, wo sie darunter operieren kann. Und das wird ja wohl wahrscheinlich kaum zu gewährleisten sein, wenn wir nicht selbst dafür sorgen, dass wir das Dach zu machen können. Ja, ich meine, wenn ich die Schweiz mit dem Haus vergleiche, Sie haben jetzt das Dach erwähnt, dann leben wir eigentlich in einem wunderbar bestellten Haus drin. Wir haben alles, was ich eigentlich vorstellen kann. Und es wäre eigentlich schon blauäugig, wenn man würde meinen, dass immer nur schön Wetter wäre und das Haus kein Dach braucht, der schlussendlich einen Schutz garantiert, wenn es mal ein bisschen gröber wurde. Und das kann durchaus sein, das muss nicht ein Kriegsszenario da sein, aber das kann auch im Rahmen von Terroraktivitäten, nehmen Sie 9-11, wer hätte daran gedacht, aber das Szenario ist heute bekannt und die Luftwaffe ist natürlich auch da, mindestens ein Mittel, das man auch präventiv gegen solche Operationen einsetzen kann. Wir kommen zum Schluss. Letzte Frage an Sie, Herr Divisionär-Solletaler. Ist die Schweizer Armee im Fall einer sehr überraschenden Entwicklung, wie wir sie heute ja oft erleben, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, ist die Schweizer Armee einsatzfähig? Im Rahmen der Wahrscheinlichkeit, sei das im Bereich Terror, vor allem aber auch Katastrophenhilfe, das habe ich jetzt ein paar Mal selber auch erlebt, dann ist, solange es nicht die ganze Armee als Ganzes betrifft, ist die Armee mit diesen Instrumenten durchaus in der Lage, zusammen mit unseren zivilen Partnern Sicherheit für die Bevölkerung zu produzieren und im Ernstfall zu garantieren. Und wenn es die ganze Armee würde betreffen, wie lange geht es? Dann sind wir jetzt, da muss ich auch sagen, da sind wir arm dran. Es ist eine Tatsache heute, dass die ganze Armee nicht mehr so ausgerüstet werden kann, flächendeckend, weil sie eigentlich müsste. Uns fehlt schlichtweg das Geld dazu, weil die Armee hat man eigentlich zu tun gesperrt. Darum sage ich, die Lösung ist nicht ganz ehrlich, was wir haben. Wir leben von der Hand ins Mund. Wenn man die Armee als Ganzes so ausrüsten, trainieren und gestalten, wie man sie müsste, dann bräuchte es eindeutig mehr Geld, damit sie wirklich den Namen verdient. Vielen Dank. Es ist eine anregende, interessante, knappe Stunde gewesen. Die Diskussion über einen konkreten Übungseinsatz von einer Armee und die Gedanken darum, wie der moderne Armee-Einsatz aussieht. Ich möchte Ihnen, Herr Divisionär-Solenthaler, herzlich danken, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind für diese Stunde. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ebenfalls herzlich danken. Ich hoffe, jetzt in Bezug auf die Umfrageergebnisse, die wir gehört haben, dass wir den einen oder anderen dazu anregen könnten, vielleicht noch einmal darüber nachzudenken, dass es manchmal die erste Antwort nicht ist, die der Nagel auf den Kopf trifft. Sicherheit ist ein Auftrag, den man rund um die Dauer, rund um das Jahr gewährleisten können. Es ist einfach zu spät, wenn man sagt, wenn dann die Überraschung passiert, dann können wir uns immer noch überlegen, was wir jetzt machen. Man kann sich sicher nicht auf jede Überraschung vorbereiten, aber man muss sich bewusst sein, eine Überraschung kann jederzeit kommen und dann müssen wir bereit sein. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, etwa in einem Monat mit der nächsten Sendung Sie wieder zu überraschen. Danke vielmals, noch einen guten Abend. Gut. Glockenburg 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 Vielen Dank.